Okay, da fängt nicht der erste Punkt jetzt an, wo es streaky wird. Nee, das ist doof, ich brauchte einen. Sieht hier aber scheiße aus, wenn wir dich jetzt... Nee, das ist nix. Das passt auch nicht rein. Womba, 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 Womba. Mach mal anders. Wenn man trägt, so dann richtig. So, und zwar ziehen wir dann hier so Eck durch. Ist ein bisschen versetzt zum Tor, aber das sieht gut aus. Ja, das ist okay, damit kann ich leben. Damit kann ich leben. Okay, da kommt jetzt die Seitenwand, da wird es wieder ugly. Okay, das sind die Dreiecke, die wir gerade gesetzt hatten. So, einmal. Ja, das kann weg. Dann kommst du wieder ran. Zweimal. Eins, zwei, drei. Dann kommt ein voller Block. Dann kommt der hier hin. So, weil das Schiff kann ja theoretisch dann schmaler werden. Schalter. Weil innen drin können wir die scheiße Schalter. Ähm, die Dings eh nicht nutzen. Die Fläche. Ich hab halt nur einen Schalter gekillt, ne? Hihi. Du musst dann eben hier hin. Aber das machen wir auch wieder ein bisschen hübscher. So, und zwar mal dich nehmen. Und das dann so ziehen. Dann haben wir hier noch das schöne Eck. Was wir hier hinsetzen. Und dann können wir von dem Eck nämlich hier wieder auf das rüber wechseln. und das einfach, nein, böses Spiel. Dankeschön. So, rüber machen. Dann geben wir jetzt alles optisch ein bisschen... Hä? Okay. Ach so, weil es wieder ein Stein ist, wenn es eigentlich in der Spiegel gibt. Ja, ist okay. Erstmal kurz mal da rüber gehen gucken und nicht, dass das alles passt. Määäh. Ja, sieht gut aus. So, und da setzt man jetzt ganz dreist. Einfach die ran. So. Und dann kommt nämlich der da unten ran. Oder? Nee, warte. Eigentlich der hier. Sieht doof aus. Äh, hallo? So. So. Problemmäßig wird mehr rum, wo das ich einen ganz kleinen Scheiß nochmal machen. Fuck. So. So. Warte, wir haben es da drüben gemacht. Ah, ich bin noch bis auf die Höhe hoch. Okay. Okay. So, dann brauchen wir das Dreieck hier wieder. Zip. So. Genau. Schalte müssen wir dann zwar nochmal machen, aber ist ja nicht so schlimm. Jo. Die grobe Form, der Rest unten kommt noch später dann. Dann brauchen wir jetzt aber erstmal wieder... Nimm mal dich einfach. Ja. Kann man machen. Und dann klatschen wir nämlich... Wo ist er? Dich ran. So. Halt, warte. Warte. Spiegel-Modus. Danke. Sonst müssen wir das dann auf dem Nachbasteln. Und das ist echt traumhaft, dieser Mirror-Modus. Ich liebe ihn schwer, abgöttisch. Könnte man ihn heiraten? Hätte ich es nicht getan. So. Warte. 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 Machen wir dich. Dann müssen wir wieder auf dem Tisch ein bisschen schöner arbeiten. Dann nehmen wir dich wieder rüber. Und dann nehmen wir dich aber abgeflacht. Und dann nehmen wir dich auf das lange Eck. Über das hier. hier. So. Dann... ... ... ... ... ... ... ... nämlich das ja perfekt dann müssen wir das nur noch drehen oder auch nicht es ist nicht theoretisch normalerweise arsch an arsch gehen jetzt so und kann man dich dann ran das geht nicht das ist aber scheiße aus machen wir mal weg dreieck dann passt das wieder nicht dich das war nicht eingenommen das war doch der so weit ist aber das andere aber das passt wahrscheinlich daran warum geht das einfach nicht einfach es wäre so schön es wäre so toll aber es möchte nicht so sein darum sind wir nicht so froh ich habe eine alternative für hier also ich finde es eine alternative oder Wir müssen gucken jetzt, was die hier tun, das Bistie machen. So, und da gab es auch eigentlich theoretisch Schließeecke, die eigentlich da rangepasst haben. Wo man nur 50 Träger mal drehen muss. Oder die? Ne, die waren zu groß. Das war das lange Eck. Dann müsste es die Quäse sein. Lange Ecke D. Rampe unten. Weil die könnte passen von der Form her gar nicht. Jetzt wird ein Satz daraus. Ich stut so weh. Scheiß drauf auf Aerodynamik. Ich bin kein Ingenieur. Nur dieser Übergang hier, das wird jetzt scheiße. Nein, was man jetzt machen kann, ist das Ding hier nochmal. So, hinklatschen. Dich weglöschen. Dich weglöschen. Und einfach das Ganze billig, wie das so machen. Aber hey, es wird gelöst. Tada! Heiliger Buggi! So, um das wieder weg zu rettischern, was wir gepfuscht haben. Ne? Mal gucken, was es nicht geht. De 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 De. Genau in der Scheiß stelle ich, wusste es. Äh... Sollte uns aber jetzt nicht weiter behagen. denn wir können abhilfe schaffen sagen wir brauchen nur eine idee so dann waren es ja die bübbel des na ich finde ich voll süß weiß nicht den sie irgendwie sehen die gewisse knuffigkeit status die dinge so eine kommentiere nicht jetzt aber hier ein läger muss ja richtig dreht so nein nein ja nein ja ja machte das auto richtig drüber sehr schön und dann brauchten wir eigentlich müsste es dafür ist noch ein langes schmales ganz verkrüppeltes eckgeber so ein show also wie das nur kürzer ich meine es gibt es auch das nein das das können gut aussehen meine konstruktion ist gerettet so so und dich so so würde scheiße 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 ganz vergessen es geht so nicht warte mal jetzt doof jetzt stimmt Mann. So, dann kommt du wieder. Dann kommt du wieder, mein Freund. Jetzt brauchen wir eigentlich irgendwas, was da richtig ranpasst. Das ist jetzt nicht viel zu fett, ne? Immer wieder das Gleiche, du. Das auch nicht. Warte mal, es müsste ja was Flaches sein, schlussfolgernd. Wirst du das? Bist du der Retter? Nö, du kannst ja gar nicht sagen, weil du die falsche Form hast. Müsst du irgendwas Rapids-mäßiges sein, ne? Ich hab dir eine Ahnung. Seht's hier vor mir vielleicht. 100% gibt's jetzt wieder nicht. So dünn? Ist das Dreieck? Warum gibt's das nicht? Mann. Ist doch scheiße. Zweite Zeile von unten, dritte von rechts vielleicht. Zweite Zeile von unten, dritte von rechts. Das? Nee. Ist auch cool, aber... Nee, ist das leider nicht. Warte mal, stimmt das? Zweite Zeile von unten. Eins, zwei. Dritte von rechts. Eins, zwei, drei. Das ist das. Nee, das ist leider nicht. Theoretisch, das ist da. Warte mal. Oh, bis man das Eis wieder hingedreht hat, ist das so zum Heulen. Ach, leck mich, ich hab keinen Bock auf das. Nee, das theoretisch würde passen, aber das wie gesagt viel zu dünn. Man sieht's ja von der Form her, das passt ja da ran. Man muss es nur wieder irgendwie richtig hindrehen. Ich bin grad so blöd dafür. Theoretisch so, dann muss ich das irgendwie anders rumdrehen. So, keine Ahnung. Keine Ahnung. So, dann irgendwie. Ach, leck mich, du scheiß Block. Mein Gehirn ist grad zu doof dafür. Sorry, Leute. Der stirbt grad ab so langsam. So. Guck mal, das geht nicht schade bei. Tut mir leid. So, jetzt gehen wir zur nächste Challenge. Jetzt brauch ich jetzt einen Übergang. Määä. Das? Nein. Gibt es jetzt auch Abschnitte? Sowas zum Beispiel. Nein. Gibt es jetzt auch kürzer? Ich brauch's nur kürzer. Ich will es kürzer. Ich will es auch kürzer geben. Das geht's nicht kürzer. Warum? Du blöde Stück Scheiße. Warte mal, dann kann man mal das wegmachen, dann kann man aber dich reinmachen. Ist das richtig? Ja. Wenn man dich jetzt wegmachen, können wir mal dein Wetter... Haben wir auch so ein Eck? Schon langes... Schon langes... Also das Konter-Stück von da irgendwie... weh... Oh Gott. Warte mal, das ist doch eh viel zu hoch. Ah... the... ... mir fehlen blöcke ganz viele ich kann natürlich herkommen ist das stück hier nehmen und gegen konntern warte mal jetzt schmeißt das ding hin nehmen das geht fickt die hölle alter das ist das richtige hier ja ich kann es mal gegen kann dann logischerweise das ganze zeit lang ist komisch ist aber man hat noch immer so spitze teile wo waren die wo waren die wo waren die wo waren die wo das war das ist da war das warte mal doch das könnte sein eventuell ja das passt aber nur das ein aber bei der andere zeit außer nein auch nicht es weiß ich weiß was mal über sie meinte es fehlen noch ein paar blöcke nein das war richtig ich glaube da wenn der ganze nur ein blöcke treten sich irgendwann ich voll den schuss weg ohne scheiß du das ist ja krank das ist ganz wohl warte meine erste hoch da müssen wir dich nehmen ich bin aber irgendwie hingeträgelt wird das du bist wieder so ein arschloch blocker wenn ich gar kein turn drauf habe stirb doch ey wie am das dass die sind nicht Es tut so weh. Es wird passen, aber es geht ja nicht. Weil der Tod drüber absteht. Der steht da drüber. Hat jemand eine Flex. Ich will es abschneiden. War das nicht das Konterstück zum dem da? Er tut mir jetzt oben rechts die Ecke. So. Die? Äh? Die? Die ist viel zu groß. Warte mal. Ich wollte es erstmal kurz wieder hin. Wir haben ja die Leiche im Stream. Wir haben ja die Leiche im Stream. So. So. Oben rechts die Ecke. Die da? Ist ja viel zu groß. Schön, dass es nicht nur mir so geht. Ja, Elistan. Aber echt. Atom ist ja viel zu groß. Guck mal. Oder hat es oben rechts eine Flex. Oder nehme ich das? Ich bin gerade zu durften Steine drehen. Dann flex. Ja, da bin ich alleine damit. Äh, halt jetzt mal richtig. Was drück ich her? So, warte. Ganz ruhig, Buki. Ganz ruhig. Ja, genau. Ich baue jetzt eine Küche hin. Ich baue jetzt eine Küche hin. Sieht gut aus. Hm. Steine. La la la. Ich dreh nicht durch. Ich bin nicht verrückt. Zum Glück. Ich dreh nicht durch. Ich hab keine Furcht. Zum Glück. Ich dreh nicht durch. Ich hab keine Furcht. Zum Glück. Du bist ein Arschlochstein. Verrecken sollst du, du blödes Schwein. Ich hasst dich so sehr. Ich wünsch dir, du hast nie wieder Honig. Dein Flex Autoküche quasi Barbecue. Geile Idee, Alter. Hier fehlt ein Block. Das ist ein Schock. Das ist ein Schock. Hier fehlt ein Block. Das ist ein... Zweite Ecke dünn? Really, Nigga? Nein, die geht nicht. Nichts. Hmmmm... Hmmmm... Sieht scheiße aus. Ich dreh durch. Ich will mehr Blecke. Mehr. Ich brauch mehr Blecke. Ja. Da war ich ne komische Block da unten. Ich kenn's bald auswendig. Das ganze Zeug hier. Da fehlt der Verkacksblock. Mann. Ich kann nur den Verkacksblock vergessen. Das tut so weh. Was ist das? Der ist zu hoch. Der würde passen, aber der ist zu hoch. Ich will den in flach. Gibt's den in flach? Ich will den flacher. Gibt's da auch ne kleine Ecke C? Ich krieg Pressfeen, Alter. Nein. Ganz unten rechts vielleicht. Das ist zu fett. Guck. Ist zu fett. Ist zu fett. Das ist zu fett. Das würde passen. Okay. Fast passen. Hallo. Ihr geiles Schweine. Ecke dünn. Mensch. Bist du blöd. Achso. Das guckt ja gar nicht raus. Scheiße. Okay. Nix klar. Äh. Nee. Warum hebt das nicht? Achso. Deswegen. Nee. Nee. Das Schiff wird auf immer hässlich sein. Danke. Und da vorne bin ich ja auch da. Das gibt's doch nicht. Aber die. Da will ich einmal ein schönes Schiff bauen. Und der sieht zwar krüppelt aus. Das liegt nicht mal in der Küche. Das Eck würde ich hier sogar fast so lassen. Das hat irgendwas. Äh. Nee. Aerodynamisch müsste das ja hinhauen. Theoretisch. Aber sehr funktional. Ja. Das ist richtig. Das ist richtig, mein Herr. Äh. Richtig, mein Herr. Der ist halt hier so. Das bleibt fast angerührt. So. Jetzt machen wir folgendes. Kriegen wir das hin? Ja. Das geht. Gut. Hä? Wollen wir schon sagen. Jetzt verarsch mich nicht. Hä? Hm. Geht doch. So. War die Minions. Der Minionsfilm, der war toll. Ja, der war super. Hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ähm. Schöne Abwechslung zu, 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 zu. Dem bisherigen Teilen auf jeden Fall. Da haben sie sich was schönes einfallen lassen. Auch vom Setting her und so weiter. Ich muss allerdings dazu sagen. Mich hat, äh. Die Location sehr, sehr stark an Just Coast 3 erinnert. Da dachte ich erst mal so. Seh das nicht so. Just Coast 3. Rico Rodriguez. Wo bist du? Wahrscheinlich war das irgendwie nach seiner Zeit oder vor seiner Zeit irgendwas. Weil, ja. Er war ja nicht da. Leider. Rico. Riko. So. Wir haben das. Wir haben das. Lol. Hihi. So. Dann können wir hier nämlich Blöcke noch hinbasteln. Machen wir das hier zu. Das ist eine Idee. Ich braine wieder einmal. Harcourt. So. Kühlschränke brauchen wir noch. Ich schmeiße einfach das auch raus, obwohl ich es noch brauche. Ich weiß. Aber es ist egal. Blöcke erst mal. Gepanzerte. So. Schräge Blöcke. Schräge Blöcke. Schräge Blöcke. Schräge Blöcke. Zack. So. Schräg. Schräg. Dестно. Untertitelung des ZDF, 2020